Hallo! Hast du schon wieder ein Adroxy-Scoot-T-Shirt an? Ach komm! Das ist doch jetzt das zweite Mal! Gestern und heute! Ich brauche keine Zeit zu waschen, oder? Hol so ein bisschen einen Tacken höher vielleicht noch? Ne, dass die Nasenluft besser wird. Die beste Hörposition ist einfach in der Mitte, gerade vor dem Kopf. Ich bin ein bisschen schräglich, Junge. Hast du schräglich oder schräglich gesagt? Wir hören an dieser Stelle auf. Beende ich mein Produzenten-Dasein hier und jetzt. Nein, ich beende dein Dasein hier und jetzt. Der allererste war so okay, aber noch nicht geil. Die anderen waren cool. Aber auch nicht geil. Das hast du doch immer direkt deinen ersten Freund gehabt. Ne, bei Myspace. Ja, ja, das war dieser Tom. Der nennt sich auch. Löde Nuss, come on, yo. Big shout out to my family in Detroit! Der erste Spruch, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein, geht nicht mehr. Letzter Tag, heute. Hei, 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 hei. Wir haben alles eingesungen. Wir sind zurück. Der Kleine hat Geburtstag. Er ist jetzt zwölf. Und ich habe meinen ersten Wedgie bekommen. Geburtstags-Wedgie. Aua. Kannst direkt das Whisky-Kontom auf die Weinflasche packen und... Dann knuckeln. Noch keinen machen, dann schmeckt es ja wein und weshalb. Geschmacksteck. Eskursion. Das stinkt schon, ey. Mach den mal weg, ey. Ich habe aber das Gefühl, hier ist irgendwas nicht eingesteckt. Da liegst du ganz goldrichtig hierher. 14 Tage machen wir hier schon die Vocal Takes. Wort für Wort. Weißt du? One Take Wonder. Set! Ne, auch noch nicht. Set! Jaaa. Okay, können wir rein droppen. Also textmäßig, hast du da ein Ding jetzt? Ich möchte nicht, dass du mir wieder... Doch, doch. Pass auf Aufnahme raus. Kein Stress, alles gut. Kein Stress, alles gut. Was für den Lied, ne? Ach, krass! Das ist schon tierisch hier. Was für den Lied, ne? Ich hab's schon in den Lied, ne? Ich hab's schon in den Lied, ne? Krass. Das ist schon tierisch hier. Ich hab's schon in den Lied. Hm? Super geil bis dahin. Mit dem Finken, das war auch gut. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt schon die Stimme langsam hin wird. Weiß ich nicht. Bist du noch? Ein wenig. Aber soll ich die Strophen nochmal machen? Also wenn du Bock hast? Klar! Ja, komm! Set! You were lying to me. Straight up in my face. Das ist wie Franzose. You and I. So free. Set. Me out. To see. You had lost your faith. You had found another one. And I had lost my mind. Fanden wir richtig geil. Da haben wir kurz hier so, hua, einen tollen gekriegt. Sehr gut. Set. Me out. To see. Set. Me out. To see. Look. Me out. Me out. So, He is so, was langgezogenes. Eend off. So, he is what he is for. Eend off. Quiet now. Quiet, Markus. Bitte. 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 Da bleibt der Bogen. Wo ist der Schlenker da drin? Ich war Schreck. Mann. Nicht dein Herz. Ach, bitte merken Sie sich, was Sie sagen wollen. Nee, und das könnte ganz geil sein. Tricks. Könnte ein bisschen Ronne Robertochter werden. Kitschig, ne? Was ist denn hier los? Warte. Last one, bitte, Mann. Tricks. Will come. Der war doch völlig akzeptabel. Der war akzeptabel. Das war auf jeden Fall der Beste bisher. Aber ich glaube, du willst das auch selber geil haben. Wenn du genau den jetzt einfach nochmal in geil singst. Habt ihr einen Korkenzieher? Merkst du, der fängt an zu schweben nachher. Ja, das ist so ein kleines Muppet-Lichtscher. Der ist gekocht. Boah, die labert eine Scheiße. Ja, ja. 100 Meter Hürdenlauf der Frauen. Thorsten, geh dir sofort die Augen waschen. Hast du was schmutziges geguckt? Noch mal. Der kommt, wenn er Dick auftragt. Jetzt war er zu spät. Aber da nickt er, ne? Das ist aber besser. Spät ist nicht besser. Ne, zu spät nicht. Aber wenn er rangeht ans Mikrofon, dann kommt es einfach besser. Zu spät ist nicht besser. Ich bin hier ruhig Bionic. Hast du die Falter gekonnt? Wenn du damit in ihre Brüste fährst, dann werden die größer. Warte mal, ich... Wollen wir es ausprobieren. Die Flasche geht an die Flasche. Jetzt wird hier gezackt, Alter. 1 zu 50. Ah, verloren, scheiße. Boah, Alter. There's another, bam. Der poppt da so laut. Nein. Du, du. Ich gucke. Yes. Die hat mir schon mal gesagt, du Arschloch. Das Ding ist großartig. Das war jetzt jeder mal selbst. Recht, an dem Fall. So in der Arena, ne? Ja, auf dem Sam Bowling. Das ist so viel Spaß. Super! Ja, es ist so viel Spaß. Time, time and time again. I've been wishing you up. By the time I woke up, you already left. I can't even know who to go. Kept you smelling my pillows and you in my head. Wir haben jetzt zwei Wochen lang geübt für dieses Album. Er versucht gerade seit fünf Minuten sein Hemd anzuziehen. Er findet das Loch nicht. Schönes Ende. Leo? Schönes Ende. Schönes Ende. Das ist ja ein Roughmix. Das ist doch nicht mal ein Roughmix. Das ist ganz pur. Da ist nichts drauf. Da ist nichts gemumpft.